Wir schlittern in eine Unfinanzierbarkeit. Die Stadt Wien schafft es nicht mehr, sich bei Banken zu refinanzieren, weil Wien gar nicht mehr kreditwürdig ist. Irgendwann geht es aus dem Wien-Griechenland, oder? Wann war das? 2014? Oder wann war das, wo du nur 60 Euro abheben kannst am Tag? 3.500 Euro pro Jahr ist es eine Mehrbelastung gewesen. Nehmen, nehmen, nehmen und dann irgendwie so, na, ihr müsst halt brav die SPÖ wählen, dann kriegt ihr halt wieder die Gutscheine. Könnte man einfach so hergehen und sagen, okay, wir drehen jetzt den Hahn zu? Das ist oft die Politik, die das so will von den Regierenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geldbonus-Podcasts und heute bei mir zu Gast, Dominik Knepp. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Dankeschön. Erste Frage vorweg, so wie immer, per du oder sie? Gerne per du. Super, dankeschön. Eines noch sehr wichtig für alle, die hier zusehen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst, wenn ein neues kommt. Und ja, Dominik, ich stelle mal die erste Frage, das ist ja die klassische Einstiegsfrage. Warum bist du in die Politik gegangen? Weil ich grundsätzlich auch selber was verändern wollte und nicht irgendwie fremdbestimmt leben will, sondern auch aktiv in einen Gestaltungsprozess eingreifen wollte. Das immer schon als Jugendlicher und bin damals mit 16, 17 Jahren zum Ring freiheitlicher Jugend gekommen, als junger Idealist, der mit einem großen, auch Feuer, für diese freiheitliche Sache auch gekämpft hat und immer noch kämpft. Warum hat es dich gerade dann nach Wien verschlagen? Oder bist du in Wien aktiv, nicht bundesweit? Also ich bin ja quasi ein waschechter Wiener. Ich bin in Wien aufgewachsen, bin in Ottekring in die Schule gegangen und dann Gymnasium und Matura. Und ich war immer in Wien verbunden und habe auch viel mitbekommen, viel gemerkt, dass einige auch Bereiche, gerade auch im Bereich der Zuwanderung und Migration, nicht so in die richtige Richtung gelaufen ist. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich politisch engagieren. Damals war Jörg Haider groß im Kommen und der wollte so dieses System aufbrechen und war ein Revoluzzer und hat mich angesprochen, diese Politik, und bin dann auch dort geblieben. Und wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt 42. Schaust gar nicht so aus. Danke sehr. Ich dachte, du bist so alt wie ich, so 35. Nein, 42, ja. Der Vierer steht schon davor. Okay, das heißt, du hast den Wandel von, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, oder wenn du ein Wiener bist. Um die 2000er Jahre, ja. Das heißt, du hast da wirklich mitverfolgen können, okay, vom Jahr 2000 bis 2024, was wir jetzt haben, wie sich so alles verändert. Ja. Okay, war bei mir genauso deswegen. Ich meine, so weit auseinander sind wir jetzt auch nicht, aber auch ich verfolge das natürlich oder bekomme es hautnah mit, wie sich das verändert. Gut, was ist so deine Aufgabe in Wien? Was machst du den ganzen Tag, sagen wir mal so? Also einerseits bin ich Parteichef eben von der Wiener Landesgruppe und auch Stadtrat in Wien und toure durch alle Bezirke, schaue mir Missstände an, die mir die Bevölkerung meldet. Ich kriege zahlreiche Mails oder Anrufe. Jetzt im Moment ist sehr viel los im Gemeindebau, weil viele Mieter dort nicht mehr verstehen, dass die Miete vom Bürgermeister Ludwig jetzt enorm erhöht wurde, vier, fünf Mal Richtwertmietzins, Kategorienmietzins, aber gleichzeitig dort die Lebensqualität und die Wohnqualität einfach nicht mehr vorhanden ist. Viele Gemeindebauten, viele Wohnungen, die haben kaputte Fenster, die werden nicht repariert. Es gibt kaputte Heizungen, Schimmelbefall, Nässeeinbruch und die rufen mich an, weil sie von der Stadt Wien im Stich gelassen werden und sich immer wieder melden, auch bei Wiener wohnen, die aber dort diese Probleme negieren, nicht wahrhaben wollen oder es dauert einfach irrsinnig lang und die melden sich, weil sie einen Grant haben und eine Wut haben und ich schaue mir das dann an. Ich gehe meistens mit Medienvertretern dann auch dorthin und dann gibt es einen Medienbericht und auf einmal funktioniert dann die Reparatur doch ganz schnell, wenn man dann auch medial darauf hinweist. Und sonst bin ich viel unterwegs in Einkaufsstraßen, Besuche Unternehmer, Marktbesuche, am Abend Vorträge, Untertag, selbstverständlich auch die Arbeit im Rathaus. Das heißt, dadurch, dass ich kein Ressort überhabe, kontrolliere ich alle anderen Ressorts. Das heißt, sämtliche Akten, sei es im Umweltbereich, Verkehrsbereich, Integrationsbereich, Bildungsbereich, Finanzbereich, gehen über meinen Tisch. Das heißt, ich bearbeite eigentlich die Akten von allen anderen oder kontrolliere die Akten von allen anderen Stadträten, die ein Ressort haben und decken dann die Missstände auf. Das heißt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser sozusagen? Richtig, ja. Und wenn dir so etwas merkwürdig vorkommt oder nicht ganz korrekt ist, wie gehst du dann vor? Kontaktierst du den Stadtrat? Dann wird das debattiert, entweder in den Staatssenatssitzungen oder dann auch im Gemeinderat, wo ich mich zu Wort melde und dann den ein oder anderen Missstand eben dann öffentlich mache. Ich gebe nur ein Beispiel. Wir haben ein Budget beschlossen vor circa drei, vier Jahren, wo der Finanzstadtrat auf Vorschlag des Gesundheitsstadtrats das Gesundheitsbudget beschlossen hat. Und beim Personalaufwand, also bei den Kosten für das ganze Personal, wo das alles drunter fällt, haben sie einfach die Nuller vergessen. Und man hätte ein falsches Budget beschlossen. Dem damaligen Finanzminister Blümel ist das ja auch passiert. Da hat sich dann auch die SPÖ lustig gemacht, wie kann das einem Finanzminister passieren. Ein paar Monate später ist das gleich in der Stadt Wien passiert. Und hätte ich das nicht kontrolliert und wären wir da nicht draufgekommen, dass hier ein Fehler im Budget ist, dann hätten wir die Ärzte genau nur noch ein paar Tage zahlen können, weil eben hinten die ganzen Nullen gefehlt haben und es auch oben keine Bezeichnung gegeben hat, zum Beispiel in 1.000. Und das sind so Sachen, die wir kontrollieren. Aber wir begritteln auch viel andere Budgetposten, wo wir sagen, dass das Geld woanders besser aufgehoben wird. Zum Beispiel bei der Mindestsicherung in Wien. Das ist ein Budgetposten alleine von circa eine Milliarde Euro pro Jahr, wobei 60 bis 70 Prozent der Nichtstaatsbürger ausgezahlt werden. Und hier vor allem an Asylberechtigte oder Asylanten, die eben seit dem Jahr 2015 zu uns gekommen sind. Und da sagen wir, das hat natürlich eine enorme Lokfunktion, dass diese Leute hierher kommen und dann in der sozialen Hängematte liegen, dort verbleiben und eben nicht arbeiten gehen. Und da sagen wir auch beinhart, aber da stehe ich dazu, dass so Sozialleistungen wie die Mindestsicherung nur mehr an Staatsbürger auszuzahlen sind, damit man eben diese Lokfunktion, die Bürgermeister Ludwig hier ausführt und ausfüllt, dass man diese Lokfunktion endlich bremst, dass eben nicht mehr jeder hierher kommt und ab dem ersten Tag gleich eine Rundumversorgung bekommt. Wenn wir schon beim Thema Asyl, Migration und so weiter sind, knüpfe ich da gleich an, wie so eines, also eines mal noch Ist-Faktor und eines auch subjektive Wahrnehmung, weil du ja schon so lange in Wien bist, wie hat sich so die Migration in Wien oder generell, sage ich jetzt mal, die Fremdenpolitik, ich nenne es mal so, wird sich das verändert, so die letzten 20 Jahre und wann war wirklich so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt wird es krass? Also 2015 war eine komplette Zäsur, das war ein kompletter Einschnitt, wo diese richtige Völkerwanderung aus Syrien und Afghanistan quasi auch zu uns gekommen ist. Davor gab es immer wieder Schübe an Zuwanderung und da muss man immer unterscheiden, was ist Asyl, was ist Zuwanderung und vor meiner Zeit war ich noch nicht auf der Welt, aber hat in Österreich gut funktioniert, als viele aus dem Osten gekommen sind, die vom Kommunismus geflüchtet sind, viele Ungarn, Rumänien und die sonstigen Ostländer. Aber die sind hierher gekommen, haben die Sprache gelernt, haben gearbeitet und war ein erfolgreicher Integrationsprozess, sind dann am Ende auch Staatsbürger geworden und sind Teil unserer Gesellschaft geworden. Das Gleiche, das habe ich dann miterlebt, war in den 90er Jahren eben dann der Jugoslawienkrieg, ein schrecklicher Bürgerkrieg, wo auch viele zu uns gekommen sind, die aber auch die Sprache gelernt haben, die eben Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Auch bei den türkischen Gastarbeitern, die sind hierher gekommen, gab es zwar Probleme, gibt es noch immer Probleme, aber dennoch großteils sind die selbstständig geworden, haben ihre Shops eröffnet, Sprache gelernt, Integration, ja auch und sind Staatsbürger geworden. Und das hat noch geklappt, aber dann ab 2015 mit diesen, sage ich jetzt, Afghanen, Afghanen, Syrern, sind so kulturfremde Menschen zu uns gekommen, die wollen nicht Teil unserer Gesellschaft sein, die wollen nicht unsere Sprache lernen, die wollen nicht arbeiten gehen, die wollen ihr Gesellschaftsmodell, das sie dort ausgelebt haben, das ist eigentlich, wo es keine Gleichberechtigung gibt zwischen Mann und Frau, wo es keine Verfassung gibt, sondern göttliche Gesetze, die wollen das hier bei uns einfach weiterleben. Und das wird aber nicht funktionieren und man sieht auch jetzt, dass es nicht funktioniert und es ufert dann aus in Bandenbildungen, in Kriminalität und vor allem muss man eben, und das habe ich eingangs schon erwähnt, dann unterscheiden, was ist Zuwanderung, was ist Asyl. Asyl heißt immer Schutz auf Zeit und das heißt, wenn diese Männer und es sind hauptsächlich Männer kommen aus Syrien und Afghanistan und um Asyl ansuchen, dürfen sie hierbleiben, solange ein Schutzgrund besteht. Wenn der Schutzgrund allerdings wegfällt und das sagen schon viele internationale Organisationen, dass es sichere Gebiete gibt in Syrien, dass es sichere Gebiete gibt in Afghanistan, dann müssen die auch wieder gehen, weil der Asylgrund eben wegfällt. Und das ist wichtig durchzusetzen, weil sonst wird das nicht gut gehen. Wie ist es zum Beispiel jetzt am Räumannplatz? Ich habe vor ein paar Tagen gelesen und auch gesehen, dass sich der Inhaber von Tichy, ich glaube Kurt Tichy heißt er, aufregt, weil so medial und auch die Politik, muss man einfach dazu sagen, den Namen Tichy sozusagen verwendet, um dort Aufmerksamkeit zu erreichen oder zu erlangen. Wie ist die Situation so, weil es gibt schon Unterschiede jetzt in Wien. Du bist ja da mitten im Geschehen sozusagen, 10. Bezirk, 16. und weiter. Gibt es da irgendwo, wo man sagen kann, okay, das sind absolute Hotspots mit 90 Prozent mehr Kriminalität als jetzt zum Beispiel im 1. Bezirk? Ja, man sieht Räumannplatz, Keplerplatz und so, die Gegend da auch in Favoriten. Ist natürlich jetzt aufgrund der gehäuften Messerstechereien und wir haben da mal eine Chronologie veröffentlicht, seit 1. Jänner, wo wirklich fast täglich dort etwas passiert, ist natürlich zu einem Hotspot geworden. Der Herr Tichy als Unternehmer tut mir in dem Fall leid, weil er immer herhalten muss, plakativ. Und das ist für ein Unternehmen auch sicher nicht förderlich, wenn dann die Region darum immer so als unsicher beschrieben wird und ist sicher nicht auch für ein Unternehmen gut. Aber es ist leider die Wahrheit, dass dort einfach viel passiert und man sieht auch jetzt, dass sich diese Bandenkriminalität, wo Syrer banden, gegen Tschetschenen banden, gegen Afghanen banden, dass sich dieses Phänomen auf andere Bezirke weiter verbreitet, weil die machen sich das aus, die über diverse Social-Media-Kanäle treffen die sich dann. War jetzt im Meidlingen Fall in der Brigittenau, in diesem Park, wo herumgeschossen wurde. Das heißt, dieses Phänomen weitet sich halt leider auf ganz Wien aus und darum muss man hier mit voller Härte des Gesetzes sagen, dass man hier Polizei unbedingt benötigt bei diesen Hotspots und auch hier beinhart durchgreift und jeder, der hier kriminell wird, dass man den auch, wenn er nicht Staatsbürger ist, dann auch außer Landes bringt. Wie wirkt sich so die steigende Kriminalität? Ist halt so, muss man auf den Punkt bringen. Die steigende Kriminalität bekommst du da auch was in dem Bereich mit. Wie wirkt sich das aus auf die Polizisten und Polizistinnen, um es korrekt zu sagen heutzutage, wie wirkt sich das aus auf die, ich sage ja noch, will man noch heutzutage Polizist sein? In Wien kriegst du da was mit? Es gibt leider ein Nachwuchsproblem bei der Polizei, weil sich einfach der Polizeidienst enorm verändert hat und es auch unter den schwarzen Innenministern nicht gerade einen großen Rückhalt gegeben hat für die Polizei. Als Herbert Kickl Innenminister war, gab es eine große Rekrutierungsoffensive. Da hat man geschaut, hat man wieder viele junge Leute begeistert für den Job als Polizist, als Polizistin. Leider hat das dann der nächste ÖVP-Innenminister dann gecancelt, weil es dafür nichts erfolgreiches überbleiben von einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung und jetzt stehen wir da, dass es ein enormes Nachwuchsproblem gibt und die Polizisten spüren auch, dass die Politik nicht hinter der Polizei steht einfach. Dass sobald, und das ist leider notwendig, jetzt die Polizisten härter durchgreifen müssen und heutzutage hat jeder schnell ein Handyvideo davon gemacht, da gibt es dann sofort interne Untersuchungskommissionen, Suspendierungen, war das gerechtfertigt und wenn die Polizei halt keinen Rückhalt spürt, geht das auch insofern weiter, dass man auch familiär da niemanden mehr empfiehlt, in den Polizeidienst einzutreten. Früher waren circa 60% der neuen Polizisten waren Personen, wo auch innerhalb der Familie schon jemand Polizist war, der Onkel, der Vater, der Großvater und wenn halt jetzt dann der Onkel, Vater, Großvater sagt, der Job hat sich so verändert und du hast keinen politischen Rückhalt mehr, mach bitte was anderes, dann führt das zu einem enormen Problem und das haben wir jetzt und wir haben daher enorme Rekrutierungsschwierigkeiten und auch enorme Schwierigkeiten, eben hier einen Nachwuchs zu bekommen. Darum muss man, weil sich auch die Gegebenheiten geändert haben, hier auch besser entlohnen, attraktivere Dienste machen, denn was wir sehen ist, dass die Polizei so überlastet ist im Moment, dass sie enorm viel Überstunden machen müssen, um die Sicherheit noch zu gewährleisten. Das gehört einfach auch besser entlohnt, aber vor allem auch gesellschaftlich und durch die Politik auch besser und mehr anerkannt dieser Job. Insbesondere sage ich jetzt mal auf den verschiedenen Ebenen der Bundesländer, weil ich will jetzt nichts sagen, aber sagen wir mal in Kärnten wird eine ruhige Kugel geschoben, wie man so sagt und in Wien ist man ja doch am Limit ja oft. Das erlebe ich ja selber auf den Straßen, wenn man da geht, dass die Polizei... Viele Polizisten wollen auch sich versetzen lassen ins Umland, weil sie sagen, das ist in Wien nicht mehr machbar. Wenn mir Polizisten berichten, dass die nach einem langen Dienst sofort angewiesen werden, den nächsten zu machen, weil es eben Personalmangel gibt, dann ist das ein enormes Problem und der ÖVP oder der ÖVP-Innenminister Karner hat ja auch jetzt 75 Prozent der Polizeiinspektionen in der Nacht zugesperrt aufgrund von Überstundenabbau. Und das ist ja auch ein fürchterliches Zeichen, wenn ich hier Polizeiinspektionen zusperre, die dann nur noch durch Journaldienst besetzt sind. Da sieht man, hier ist ein enormer und großer Mangel an Personal leider vorhanden. Okay, ich möchte dahin, kann mir anknüpfen gleich, weil das natürlich auch damit zu tun hat, Bürgermeisterwahl 2025 steht an, wie ist aktuell die Situation in Wien herrscht der Rot sozusagen. Rot mit Neos, Mit Neos, ja, Wiederkehr glaube ich. Wie schätzt du die Lage ein nach den nächsten Nationalratswahlen, könnte sich da auch in Wien was verändern, dass man sagt, okay, FPÖ kommt weiter nach oben oder was ist so deine Wahrnehmung? Also das letzte Mal hatten wir aufgrund von parteiinternen Vorkommnissen wie das Ibiza-Video hatten wir einen Absturz auf 7% und haben uns aber durch ehrliche und konsequente Arbeit in Wien wieder hochgearbeitet, sind jetzt in Umfragen circa bei 21% also eine Verdreifachung und gleichzeitig sinkt der Bürgermeister, der schon in Umfang 49% gehabt hat, hat jetzt nur noch 33%. Und wenn dieser Trend so weitergeht und dann auch noch ein Boost kommt im Herbst aufgrund eines erfolgreichen Abschneidens auf Bundesebene mit einem Kanzler Kickl, wo dann die Menschen spüren, dass es endlich auch Politiker gibt, die sich fürs Land einsetzen, die eben schauen, dass es den einfachen Leuten gut geht und nicht schauen, dass sie gut beim System angesehen sind, sondern dass man sich wirklich auch für den einfachen Österreicher, für die einfache Österreicherin einsetzt, dann kann es in Wien auch einen Boost geben und dann kommen wir in den Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die oder mit der SPÖ und dann werden halt die verschiedenen Modelle aufgezeigt. Will man einen Bürgermeister Ludwig, der weiter eine unkontrollierte Zuwanderung haben will, der weiter Sozialleistungen auszahlen will ab dem ersten Tag oder will man einen freiheitlichen Bürgermeister, der schaut, dass Kriminelle auch wieder außer Landes gebracht werden, der schaut, dass Sozialleistungen wieder nur die bekommen, die es nämlich wirklich benötigen und jeder kann durch einen Schicksalsschlag abrutschen, keine Frage, dafür ist ein Sozialstaat da, aber diejenigen, die glauben, hierher kommen zu müssen und Hunderte oder tausende Kilometer her zu gehen, um den Sozialstaat auszunützen, für die bin ich sicher nicht der Bürgermeister. Gute Einstellung, ja, ich bin auch der Meinung, also Arbeit, Fleiß soll belohnt werden und wie du sagst, wenn man mal abrutscht, jeder hat einmal Tiefs im Leben, das kann immer wieder passieren, es gibt wirklich Schicksalsschläge und dafür ist ja der Sozialstaat da und dafür zahlt ja auch jemand gerne Steuern, also jeder zahlt ja gerne Steuern, wenn er weiß, dass Gesundheitssystem funktioniert, wenn er weiß, dass Bildungssystem funktioniert, der weiß auch, wenn es Menschen nicht so gut geht, hilft man denen, aber warum soll ich noch Steuern zahlen für ein Gesundheitssystem, dass wenn ich eine gute Gesundheitsvorsorge haben will, ich noch eine private Gesundheitsversicherung abschließen muss, warum muss ich Steuern zahlen für ein Bildungssystem, wenn ich aber eine gute Bildung haben will für meine Kinder, muss ich denen eine Privatschule geben und muss erst dort wieder privat zahlen, das heißt, dieses System ist nicht mehr aufrecht zu halten, es gibt nicht grenzenlose Zuwanderung um einen funktionierenden Staat, um ein funktionierendes Sozialsystem, das schließt einander aus. Ich möchte noch eines kurz sagen für die Zuschauer, mir wird ja immer vorgeworfen, weil sehr viele blaue Kandidaten sozusagen oder jemand aus der blauen Partei bei mir sitzt, wir haben es ja kennengelernt, kurz im Fitnessstudio, ich habe dich angesprochen, wenn du ein Interview willst, hat super funktioniert, also da an der Stelle auch nochmal Dankeschön, manche glauben, dass das halt Absprache ist. Man sieht doch es öfters ins Fitnessstudio als ich. Ja, viel Kraft braucht das Land, das habe ich schon vorher gesagt. Genau, so haben wir es kennengelernt für alle, die hier zuhören oder zuschauen. Fand ich es super, weil ich bin ja auch nur ein normaler Mensch und dass du dann zu mir ins Interview kommst, weiß ich sehr zu schätzen. Gut, bezüglich Bürgermeisterkandidatur nächstes Jahr, das heißt, könntest du vorstellen, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, mit der SPÖ gemeinsam könnte man in der Stadt regieren? Also es gibt auch in der SPÖ vernünftige Kräfte, die das, was Bürgermeister Ludwig jetzt macht, sehr kritisch sehen und ich sage immer, ich schließe niemanden aus, ich koaliere gerne mit jedem, der unsere programmatischen Punkte auch umsetzen will und wenn man, es kann die ÖVP sein, jetzt auf Bundesebene, es kann aber auch die SPÖ sein, auch auf Bundesebene, in Wien wird es sich eher mit der ÖVP nicht ausgehen, weil die ist um die 10% nur, aber ich sage, jeder ist willkommen, ich bin nicht so undemokratisch wie vielleicht jetzt noch die SPÖ, die sagt, nein, mit einer Partei arbeiten wir überhaupt nicht zusammen, das mache ich nicht. Ja, finde ich gut, weil man macht ja Politik, um gemeinsam was zu erreichen. Richtig. Richtig. Und könnte man sozusagen das so einfach umsetzen, wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, sagen wir mal, blau-rot reagiert, könnte man einfach so hergehen und sagen, okay, wir drehen jetzt den Hahn zu bei der Mindestsicherung und ändern das Migrationsthema und die Integration und diese ganzen Themen, die da ineinander greifen, kann man das einfach so machen oder braucht man da irgendwelche Beschlüsse oder... Also viele Sachen kann man gleich machen. Die könnte auch Bürgermeister, Ludwig jetzt sofort machen. Zum Beispiel? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Subsidia-Schutzberechtigte, das sind die, die kein Asyl zugesprochen bekommen haben, aber nicht in ihre Heimat zurückkehren können, im Moment. Das ist auch nur auf Zeit. Aber Subsidia-Schutzberechtigte wären im Moment nur in der Grundversorgung. Bürgermeister Ludwig zahlt aber nicht die Grundversorgung aus über den Bund, sondern zahlt gleich die Mindestsicherung aus von circa 1.100 Euro. Und diesen Anreiz, nämlich der hatte schon einen negativen Asylbescheid, das heißt, der schummelt sich schon einmal rein, sagt, Asyl funktioniert leider nicht, aber okay, dann bin ich als Subsidia-Schutzberechtigte, weil ich wäre aus anderen Gründen zu Hause verfolgt oder ich bin nicht sicher. Das heißt, der hatte schon einmal sich in dieses System reingelogen und dann wird er noch mit der vollen Mindestsicherung belohnt. Und das lockt natürlich Menschen hierher. Und nicht nur aus dem Ausland, sondern auch aus dem Inland, denn wir merken ja auch eine gewisse Binnenmigration. Niederösterreich zahlt und Subsidia-Schutzberechtigte nicht die Mindestsicherung aus, sondern die Grundversorgung. Andere Bundesländer genauso. Also wohin gehen die Leute nach Wien, wo es am meisten ausgezahlt wird. Und das heißt, man könnte jetzt schon schnell handeln und etwas tun, und sonst braucht man Gesetzesänderungen, ja. Aber dafür sind ja wir Politiker da. Ich verstehe nie das Argument, wenn ein Politiker sagt, naja, aber laut Gesetz ist das halt so. Da sage ich, na gut, aber wer macht denn Gesetze? Gesetze werden von Politikern gemacht, die beschließen wir im Landtag, die beschließen wir im Parlament. Und dafür sind wir auch gewählt worden. Das heißt, sich immer nur zu verstecken und zu sagen, naja, das sind halt die Gesetze und das ist halt so und die sind quasi von Gott gegeben und nicht mehr veränderbar. Das ist es ja nicht. Wir haben ja ein von Menschen gesetztes Recht. Dafür gibt es eben das Parlament oder gibt es die Landtage. Und da heißt es eben, Gesetzesänderungen so beizuführen, dass es dann auch wieder positiv für Österreich aufwärts geht. Wie würdest du den Gesamthaushalt, also den Budgethaushalt von Wien beschreiben? Schlecht, gut? Also wenn man das als Unternehmer macht, ist man im Konkurs. Nur ein Beispiel. Wenn man sich quasi die Bilanz anschaut und sich die gesamten Vermögenswerte anschaut, der Stadt Wien, kommt man circa auf eine Summe 51 Milliarden. Also jetzt dauert man mal Pi. Wenn man sich dann anschaut, dass quasi Fremdkapital, also die Schulden, die man noch alle hat, und man rechnet das gegen, weißt du, in einem Unternehmen soll es ein positives Einkapital geben. Normalerweise gibt es eine Einkapitalquote, wo man sagt, von um die 30 Prozent und so, ist eh schon hart für viele Unternehmer im Moment. Wenn man aber die Stadt Wien hernimmt und alle Vermögenswerte jetzt theoretisch verkaufen würde und damit die Schulden abdeckt bei den Banken, dann bleiben immer noch 21 Milliarden Schulden über. Das heißt, die Stadt Wien ist komplett verschuldet. Und jetzt nicht nur von den Vermögenswerten, sondern es ist auch strukturell, wir machen jedes Jahr zwischen zwei und drei Milliarden Euro jetzt Schulden seit ein paar Jahren, zusätzlich mehr. Wir haben eine Gesamtverschuldung von circa 14 Milliarden im Moment und das sind aber diese gesamten ausgelagerten Unternehmen der Stadt Wien noch gar nicht mit einberechnet. Das heißt, wir schlittern in eine Unfinanzierbarkeit und auch die Stadt Wien schafft es nicht mehr, sich bei Banken zu refinanzieren, weil das in Wien auch die Aussicht zu schlecht ist. Jetzt muss die Stadt Wien zum Bund gehen und dort über die österreichische Bundesfinanzierungsagentur, über die Öpfer sich dann wieder die Kredite nehmen, weil Wien gar nicht mehr kreditwürdig ist. Und das meine ich damit, wir können uns das nicht mehr leisten, dass wir da Milliarden ausgeben an Mindestsicherung, an Menschen, die hier nie etwas eingezahlt haben, die nicht Staatsbürger sind. Sonst, wie gesagt, schlittern wir in eine komplette Zahlungsunfähigkeit. Irgendwann geht es uns dann wie in Griechenland, oder? Wann war das? 2014? Oder wann war das, wo du nur 60 Euro abheben kannst am Tag? Ja, es ist leider langsam griechische Verhältnisse. Aber könnte so etwas theoretisch möglich sein, weil irgendwann die Stadt auch zahlungsunfähig ist? Wird der Bund einspringen, in dem Fall. Also wird die Republik Österreich dann einspringen. Ist ja jetzt schon dafür da, Sicherheiten zu geben für die Finanzierung, aber wir brauchen eine grundsätzliche, strukturelle Änderung in der Stadt Wien, weil es kann nicht die Lösung sein, dass man immer mehr Schulden, immer mehr Schulden, immer mehr Schulden macht. Das geht nicht gut. Wie weit bist du integriert auch im Förderwesen von der Stadt Wien? Da gibt es ja einen Förderbericht jedes Jahr. Da werden ja, also wenn man sich das anschaut, ich befasse mich halt viel damit, da werden ja Sachen unterstützt, wo man sich im Kopf greift. Wer beschließt das? Das beschließt der Gemeinderat, immer mit der Mehrheit von, also Rot und Neos. Grün ist oft mit dabei bei solchen Beschlüssen und auch der ÖVP. Wir sagen, bei vielen Förderungen sind jetzt nicht gerade förderwürdig. Aber wenn man sich dann die Vereine anschaut, die gefördert werden, sieht man dann wieder, dass irgendein Freund, bekannter, ehemaliger Gemeinderat der SPÖ dann dort sitzt und dann werden ein paar Freunde dann versorgt, auch noch vom jeweiligen Koalitionspartner. Früher waren es die Grünen, jetzt sind es die Neos, die sitzen dann alle in ihren Vereinen und lagern so mit Kosten aus und im Endeffekt zahlt es die Allgemeinheit. Und der Output dieser gesamten Vereine, vor allem jetzt auch im Integrationsbereich, ist wirklich überschaubar. Da gibt es, werden Millionen ausgegeben, für Mama lernt Fahrradfahren oder so. Ich meine ganz ehrlich, meine Mutter hat Fahrradfahren gelernt, ohne dass man dazu einen mit Millionen geförderten Verein dazu braucht. Ich habe Fahrradfahren gelernt, weil es mir meine Eltern aufs Fahrrad gesetzt und habe mich halt am Anfang noch gehalten, bis man losfährt. War mal hingefallen. Ja, es gibt viele Sachen, die kann man von alleine erlernen und da muss der Staat nicht irgendwelche Pseudo-Vereine gründen, nur um dort irgendwelche Freundinnen anzustellen. Was ist eigentlich mit dieser Kindergartengeschichte geworden? Da gab es ja diese Kindergarten-Förergeschichte mit einigen Millionen. Von dem hat man nie wieder was gehört. Die Kindergartengeschichte ist ja, muss man ein bisschen weiter zurückgehen, ist ja gekommen, 2010. Da hat dann als Wahlzuckerl damals noch der Bürgermeister Häupl gesagt, wir machen jetzt den kostenfreien Kindergarten und der Kindergarten kostet nichts und jeder kann in den Kindergarten gehen, gratis. Was ja grundsätzlich eine vernünftige Idee war, nur es war halt so überhastet, dass man gesagt hat, es gibt nicht genügend auch städtische Kindergärten. Man braucht private Vereine, wo sich dann einfach Leute melden und sagen, wir wollen einen Kindergarten betreiben. Aber in einer Vereinsstruktur. Das heißt, die haben noch weniger Kontrolle, was passiert dort mit dem Geld. Dort gibt es jetzt nicht dann, wenn man Bilanz legen muss, Steuerprüfungen und so weiter. Und das wurde eben viel ausgelagert in private Vereine. Und da gibt es natürlich, und das ist dann so ein Modell geworden, viele schwarze Schafe, die sich dann diese gesamten Fördergelder und Fördermillionen eingesteckt haben. Und ein brisanter Fall ist eben vor kurzem hochgekommen, wo es dann enorme Cash-Behebungen gegeben hat, wo man sich irgendwelche Luxusautos gekauft hat, anstatt das Geld für die Kinder auszugeben und der Pädagogen anzustellen. Aber das ist alles aufgrund einer mangelnden Kontrolle. Und das ist jetzt quasi dann der Ausfluss dieser überhasteten Einführung, dieses Gratis-Kindergartens, weil man es damals schnell als Wahlzuckerl haben wollte, aber strukturell und von der Organisation her nicht vorbereitet war. Aber kommt da jetzt noch irgendwas? Oder werden, diese Gelder sind ja weg, irgendwie haftungstechnisch, gibt es da niemanden? Das Geld ist weg, das ist leider verloren und ich befürchte, dass aufgrund jetzt von, das ist gut, verstärkte Kontrollen, aber ich befürchte, dass es da noch viel mehr schwarze Schafe gibt, die sich da an der Allgemeinheit sehr gut eine goldene Nase verdient haben. Ja, ich finde das immer spannend, wenn man hört was und dann geht das irgendwann unter und es ist eben in Hervana und man hört nichts mehr. Das ist oft die Politik, die das so will von den Regierenden, also von Rot und jetzt auch von den Neos, dass man einfach Probleme aussitzen will und hofft, dass jemand einmal der nächste Skandal aufpoppt, der einen selbst nicht betrifft und somit ist das dann wieder unter der Decke. Das ist leider so. Schulpolitik will ich noch kurz ansprechen in Wien. Wie sieht da aktuell die Situation aus? Problematisch? Also in Wien haben wir leider in den ersten Klassen Volksschulen im Moment um die 38 Prozent der Kinder, die nicht ausreichend Deutsch können und daher als außerordentliche Schüler geführt werden. Das heißt, sie werden nicht benotet, sie können dem Unterricht nicht folgen und sie sprechen kein Deutsch. Da muss ich noch eine Zusatzfrage eingehen. Ich habe gehört, dass 15 von 27 Erstklässler in der Volksschule nicht durchkommen. Stimmt das? Also könnte das so etwas sein? Ich kann es jetzt nicht sagen. Dadurch, dass sie meistens aus außerordentliche Schüler geführt werden, kannst du in die nächste Klasse aufsteigen, aber du wirst halt nicht benotet. Was für mich eine drastischere Zahl ist, dass von diesen 38 Prozent drei Viertel in Österreich geboren sind. Das heißt, die sind schon hier geboren, die waren hier im Kindergarten und kommen dennoch in die erste Klasse und können ja kein Deutsch sprechen. Und da melden sich irrsinnig viele Lehrer, die sagen, es ist ein Unterrichten kaum mehr möglich. Wir sind überfordert. Es gibt zu wenig Lehrpersonal. Die gesamte Situation hat sich geändert. Meine Mutter hat noch unterrichtet in der Volksschule. Die ist jetzt schon in Pension. Die hat in Ottergring unterrichtet. Und das war total anders. Sie hat gesagt, wenn sie sich jetzt mit jungen Kollegen unterhält, das hat sich alles enorm geändert. Früher hattest du vielleicht in einer Klasse zwei, drei Leute, die nicht Deutsch konnten und die haben das aber relativ schnell lernen müssen, sonst wären sie nicht mitgekommen. Heutzutage können die Lehrer keinen Wissensstoff mehr vermitteln. Die können nicht Wörter vermitteln. Die können nicht mehr einfache mathematische Rechenarten wie multiplizieren, subtrahieren, addieren, dividieren. Das kann man gar nicht mehr vermitteln, weil es, weil einen keinen mehr versteht. Und da gehört viel mehr geschaut, dass unser Konzept dieser Deutschförderklassen und Deutschlehrenklassen umgesetzt werden, dass man sagt, erst wenn jemand ausreichend Deutsch kann, um den Regelunterricht zu folgen, kann der dann auch in den Regelunterricht gehen. Und da ist es mir lieber, der wiederholt das erste Jahr, aber hat dann gewonnene Jahre danach, weil er es versteht, als der Wirt ein, zwei, drei, vier Jahre mitgenommen, wo er nicht mitkommt, immer hinterherhängt und dann gerade noch irgendwie den Pflichtschulabschluss schafft, aber dann auch am Arbeitsmarkt unvermittelbar ist. Und darum sind diese Deutschlehrenklassen wirklich ein Gewinn für beide Seiten. Für die, die nicht Deutsch können, weil sie es dann schnell lernen und dann weiter folgen können, aber auch für die, die normal Deutsch sprechen können, sei es, weil sie hier eben schon geboren sind oder es gelernt haben, die wären nicht behindert, weil sich dann die Lehrer auch wirklich darauf fokussieren können, Wissensstoff und Material zu vermitteln und dafür sind eigentlich Lehrer da. Ich habe gehört, dass ja in Wien, glaube ich, sogar mittlerweile auch so Container aufgestellt werden. Das ist aufgrund dieser Familienzusammenführung, weil wir leider wieder Bürgermeister Ludwig gewarnt haben, aber er hat das nicht wahrhaben wollen. Wir haben gesagt, wenn halt ein Syrer oder ein Afghane kommt, kommen in ein paar Jahren, kommt dann die Frau nach und zwei bis drei Kinder. Da muss man sich auch darauf vorbereiten. Die Stadt Wien hat sich nicht darauf vorbereitet und jetzt kommen pro Monat im Moment circa 14 Klassen, Schulklassen aus Syrien dazu. Pro Monat. Und es gibt aber nicht die Kapazität, es gibt nicht die Schulen. Pro Monat? Ja, im Moment pro Monat. Das sind ja dann... Ja, jetzt muss man Containerklassen aufstellen und da gibt es das dramatische Beispiel, dass ein gesamter Sportplatz von einer Schule jetzt umfunktioniert wurde, in dem so Containerklassen aufgestellt wurden, damit man diese Schüler unterbringt. Und das ist auch wieder ein großer Fehler, weil diese Familienzusammenführung, die Familienzusammenführung, die ist ja auch nur nicht aufgrund von Zuwanderung, wie ich es eingangs erwähnt habe, sondern aufgrund des Asyls. Und Asylgrund ist schon weggefallen. Das heißt, dass die Leute wieder nach Afghanistan zurück können und nach Syrien zurück können. Und da ist es besser, man macht die Familienzusammenführung in Afghanistan und in Syrien, indem die Männer wieder zurückgehen zu ihren Familien, anstatt dass man diese Familien hierher holt. Das ist von der Kapazität nicht machbar und nicht stemmbar. Wie kommen die her und wer bezahlt diese Transportkosten oder Weg selber oder werden die dann eingeführt? Also zuerst alle einmal Schlepper und Organisationen und dann wird das irgendwie aufgrund der Familienzusammenführung auf einem normalen Weg, staatlichen Weg dann gemacht. Aber wie gesagt, das sind ja diese Kosten, die gehören, wenn man die mindert, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wichtig ist das auch für die Zukunft diese Familienzusammenführung in den Heimatländern passiert. Denn es kann nicht sein, dass alle jungen Männer wegfahren und was passiert dann aus dem Land? Man braucht ja auch arbeitsfähige junge Männer. Das ist ein enormer auch Kapazitätsverlust von Arbeitskräften, wenn man die denen entzieht. Ja, klar, irgendwann muss man das Land aufbauen. Richtig. Wie schaut es aus? Ich meine, du hast es ganz am Anfang schon gesagt oder angeschnitten, das Thema im Bereich Wohnen. Wie schaut es aus mit der Wienenergie? Ich habe das letzte Mal Peter Westendaler da sitzen gehabt. Da habe ich Ihnen eine Abrechnung gezeigt von einem Kunden von mir mit 121.000 Euro Nachzahlung. Der kann zusperren. Gibt es da noch irgendwas als Wienenergie, der viele Gewinne erwirtschaftet? Die Wiener Stadtwerke haben sich jetzt entschuldet in diesem Jahr. Das ist still ein heimlichem Budget, aber nachlesbar. Das sind jetzt nicht erfundene Zahlen von mir, sondern kann jeder im Budget nachlesen von 1,7 Milliarden Euro. Die Wiener Stadtwerke, wo die Wienenergie dazugehört. Und jetzt könnte man sagen, geil, die haben wirklich strukturell sich geändert, haben eingespart oder so und haben das geschafft und haben Schulden minimiert. Wenn man sich das aber genau anschaut, ist das genau das, was die Wiener mehr gezahlt haben. Das heißt, die haben einfach die Wiener abgezockt, durch die erhöhten Preise und haben damit ihre Schulden zurückgezahlt. Und das kann nicht sein in einer Zeit der hohen Inflation, wo viele eh nicht auskommen. Mich rufen viele an und sagen, wir wissen nicht, am Ende des Monats können wir die nächste Heizrechnung zahlen, können wir die nächste Stromrechnung zahlen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir noch Essen kaufen, wie viel Essen wir kaufen oder ob wir die Miete stemmen können. Das heißt, die Leute sind am Anschlag. Die Leute sind am Ende. Und darum finde ich es enorm, auch unsozial und asozial, dass Bürgermeister Ludwig hier nicht direkt hat eingreifen wollen im Rahmen dieser, bei der Wien Energie, im Rahmen der Wien Preise, Wien Energiepreise und Strompreise, aber dennoch 1,4 Milliarden Euro in einer Notkompetenz, weil sich die Wien Energie verspekuliert hat. Und das hat jetzt auch der Rechnungshof schwarz auf weiß bestätigt, dass es dort ein komplettes Kontrollversagen gegeben hat vom Aufsichtsrat, vom Vorstand und vom Risikomanagement, dass sie sich hier am Strommarkt verspekuliert haben, man daher schnell die 1,4 Milliarden flüssig machen müsste für Sicherstellungen. Aber dann jetzt in den Folgemonaten, man sich durch die erhöhten Strompreise sich dann eben saniert hat, aber überbleibt der Kunde von Wien Energie, der diese erhöhten Stromrechnungen hat und das ist für viele auch nicht stemmbar mehr. Ist ja eigentlich voll kontraproduktiv, weil es gab ja die Energieunterstützung plus der Stadt Wien, die bis zu 500 Euro übernimmt und auf der anderen Seite rein, auf der anderen Seite... Diese ganzen Unterstützungszahlungen der Stadt Wien sind eine Frechheit, weil das ist aber typischer Sozialismus. Sozialismus heißt Abhängigkeiten schaffen. Und dann aber generös Geld zurückgeben. Und egal, ob das jetzt ist bei Wohnunterstützungen für die Miete oder eben ein Energiebonus, man zieht den Leuten und wir haben es uns ausgerechnet. Allein nur die Erhöhungen bei Mieten, zum Beispiel im Gemeindebau, aber auch durch die Stromrechnungen, durch die Gebühren, ist ja alles teurer geworden, die Parkgebühren sind teurer geworden, Abwasser, Kanal, alles ist teurer geworden. Allein da zieht der Bürgermeister pro Jahr einem Haushalt, eine Familie, 3.500 Euro pro Jahr ist es eine Mehrbelastung gewesen. Und dann kommt er daher und sagt, na gut, aber da habt ihr 350 Euro Energiekostenzuschuss 1 und da habt ihr halt 150 Euro Mietbeihilfe und so weiter. In Wirklichkeit bleibt ein Delta über von 2.000 Euro Minimum, wenn nicht mehr, wo die Leute eben abgezockt wurden. Und das ist das, womit man in Wien aufhören muss. Man kann nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen und dann irgendwie so, naja, ihr müsst halt brav die SPÖ wählen, dann kriegt ihr halt wieder die Gutscheine. Das ist Sozialismus, das ist Abhängigkeit und das ist mit meinem Freiheitsgedanken nicht vereinbar. Das entlaste ich lieber die Leute von Anfang an, gibt niedrigere Strompreise, gibt niedrigere Mietpreise her, damit auch man wirklich in Freiheit und in Selbstbestimmung leben kann und nicht ständig hoffen muss und vor allem, es ist so niedrigend, dass man Leute zwingt, wirklich zu betteln. Dass die wirklich dann, dass man dann die Stadt und die Politik anbetteln muss, dass man dann da oder dort eine Ermäßigung oder einen Gutschein bekommt. Das ist wirklich eine schäbige Politik vom Bürgermeister Ludwig. Okay, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das klingt für mich wie... Ja, die Mehrbelastungen sind höher. als die Förderungen, die zurückkommen. Warum nehme ich da den Leuten vor, das Geld weg? Dann kann ich mir die schwierige Abwicklung von Förderungen da sparen und lasse den Leuten gleich von Anfang an mehr Geld. Also ich habe das nicht gewusst, dass 3.500 sozusagen pro Haushalt mehr Belastung ist. Das sind halt Insights sozusagen oder wenn man wahrscheinlich grabt, findet man es, irgendwo irgendwelche Erhebungen. Ich habe das halt nicht gewusst. Das ist ja... Also andere nennen das ihre Führung. Ja, arg. Okay. Dann zum Abschlussthema. Wollte ich noch auf die Wahl 2024 eingehen. Wie siehst du jetzt... Lassen wir mal die Partei weg. Sagen wir mal, du bist nicht der FPÖ. Wie würdest du die Gesamtsituation politisch aktuell betrachten? Wer könnte das Rennen machen nachher im September? Wie sieht aktuell die politische Schlammschlacht aus? Ja, weil jeder beschmutzt irgendwie den anderen, kriegt man zumindest von außen so mit. Ja. Was würdest du als Gesamt... Also jetzt als grundsätzlicher Normalbürger sage ich jetzt, ich blende da jetzt aus, auch meine politische Hintergrund. Aber wenn ich mir jetzt die Parteien anschaue, dann höre ich immer nur, dass man eine Partei verhindern muss. Aber das ist irgendwie Grundtenor. Die ÖVP sagt, die FPÖ ist das Böse, man muss sie verhindern. Die SPÖ sagt, ui, die FPÖ kommt, man muss sie verhindern. Die NEOS sagen, die FPÖ muss man verhindern. Die Grünen sagen das. Aber ich erwarte mir doch als Bürger, als Staatsbürger, dass ich weiß, wenn ich eine Partei wähle, was bekomme ich dann? Was haben die für eine Vision? Wie stellen die sich Österreich vor? Und die Einzigen, die das klar kommunizieren, ist in dem Fall die FPÖ. Die sagen, wir wollen dort Steuerentlastungen, wir wollen dort sichere Grenzen, wir wollen dort im Gesundheitssystem investieren. Also die haben eine Vorstellung, wohin soll die Reise gehen. Alle anderen haben immer nur eine Partei verhindern. Und das wäre mir als Normalbürger, Normalsterblicher einfach zu wenig, nur gegen eine Partei zu sein, das ist für mich kein Wahlmotiv. Ich möchte wissen, wohin die Reise geht. Und wenn ich jemandem mein Vertrauen schenke, mit meiner Stimme am Wahltag, wie schaut die Vision aus, wie soll sich Österreich in welche Richtung entwickeln? Und das sind die Einzigen, die das klar kommunizieren. Aber das sage jetzt nicht nur ich, der vielleicht doch im Hintergrund natürlich einen gewissen Background hat, aber das sagen auch viele Politikwissenschaftler, die sagen einfach, eben nur gegen eine Partei zu sein, das ist kein Wahlmotiv mehr für Menschen. Ja, ich muss ja da auch was einwerfen, und zwar, wir haben uns kennen, kein Fitnessstudio, ich habe leider noch niemanden von den Grünen da sitzen gehabt, obwohl ich einige eingeladen habe, und ich finde es halt mega schade, weil mir schreiben halt auch manche Follower, so wie kann ich der FPÖ, aber auch bei der ÖVP war das schon, wie kann ich denen eine Bühne geben, was sagst du, was würdest du sagen, wenn ich so eine? In einer Demokratie muss auch jeder irgendwie zu Wort kommen, und es kann einem gefallen, was man sagt, oder es kann einem nicht gefallen, was derjenige sagt, aber ich glaube, Gesprächsverweigerung ist das Schlechteste, was man machen kann, und darum finde ich es auch schade, dass auch Kollegen von mir, auch von anderen Parteien, nicht die Möglichkeit nutzen, auch in solche Formate zu gehen und sich auch dort zu präsentieren, die wollen das anscheinend nicht, ich gehe gern überall hin, jeder, der mich einlädt, zu dem komme ich, die Antworten, die ich gebe, müssen nicht jedem gefallen, aber dafür stehe ich, und ich rede mit jedem, und ich glaube, das ist wichtig in einer Demokratie, auch mit allen zu sprechen, auch Meinungen auszutauschen, und sich nicht irgendwie zu verschließen, oder in eine Richtung hin zu verschließen, oder sagen, mit dem rede ich nicht, und den will ich gar nicht irgendwo haben. Ja, das war auch, so eine ähnliche Antwort habe ich dann gegeben, in der Story sogar, das haben mehrere tausend Leute gesehen, wo ich dann so gesagt habe, die, die ich einlade, und die sagen, hey, ich gehe auch zu diesem Otto-Normal-Bürger, das weiß ich sehr zu schätzen, und hey, ich kann da nicht eine Ausgrenzung machen, und sagen, ich lade den jetzt nicht ein, weil der ist blau, und das waren vorher schon drei blaue da, bei mir ist das halt so, ich finde das halt immer, ja, ein bisschen engstirnig halt von den Leuten, aber damit die mal den Hintergrund auch verstehen, warum viele von der... Ich finde es schade, soll ich mal der Bürgermeister Ludwig hier hersetzen, und auch seine Sicht der Dinge erklären, vielleicht hat er für manche Zuseher, auch in manchen Bereichen recht, wer weiß, jeder hat andere Präferenzen, aber eben gar nichts zu sagen, und sich irgendwie im Rathaus zu verstecken, das finde ich schwach. Ja, na, ich habe wirklich viele E-Mails rausgeschrieben, an alle, also ich habe an alle Farben ausgesendet, ja. Gut, am Ende wollte ich noch eine Frage stellen, so, also ich muss nicht beantworten, ich stelle manchmal schon private Fragen, wie schaut es so aus, bist du verheiratet? Verheiratet, seit 15 Jahren, zwei Kinder, die sind 13 und 14, zwei Töchter, was berichten die von der Schule? Oder generell vom Jugendsein? Also, ich muss sagen, so locker und unbeschwert ist es nicht mehr, wie es bei uns einmal war. Also, ich glaube nicht, dass sich meine Eltern Sorgen gemacht haben, wenn ich mit der U-Bahn von A nach B gefahren bin, oder zu Freunden oder zu Nachhilfelehrern am Nachmittag, die haben sich da wenig Sorgen gemacht. Heutzutage, wenn ich höre, was da immer in so U-Bahnen auch dann passiert von meinen Kindern aus, ich meine, ich fahre selber auch öffi, und Auto und Rad, ich fahre alles, aber wenn Kinder nehmen das noch oft sensibler wahr, dann macht man sich als Elternteil auch schon Sorgen und Gedanken, dass man sagt, bitte, wenn du in gewisse Gegenden fährst, melde dich regelmäßig, oder bitte sei so lieb und Teil auf WhatsApp deinen Standort, dass falls dein Handy gestohlen wird, man dann, dass man einmal weiß, wo sich die Person befindet, also meine Tochter befindet, oder auch, dass wenn das Handy gestohlen wird, dass man es dann ja auch leichter vielleicht findet. Ja, macht man sich auch schon Sorgen, habe ich gar nicht gewusst, dass du Vater bist. Ja, ja. Wissen vielleicht viele nicht. Okay. Gut, dann Dominik, am Ende frage ich dich noch, gut, du bist 42 hast du gesagt, Jawohl. Was würdest du so jungen Menschen mitgeben? Irgendeine Lebensweisheit? Weil du bist ja noch zwischen jung und alt. Das klingt immer dann so obergscheit, aber ich sage einfach, tu seinem Weg treu bleiben. Und einfach konsequent verfolgen, seinen Weg, und es wird immer Hindernisse geben, und auch viele oft Niederlagen, aber aus denen lernt man. Also ich kenne keinen Typen, der irgendwie erfolgreich geworden ist, der gesagt hat, nein, nein, es ist von Anfang an alles gut gelaufen. Es war immer Gmadewiesen und es war eigentlich easy cheesy und das haben wir irgendwie so gemacht. Jeder wird dir berichten, boah, das war mühsam, boah, das war schwer, boah, da gab es Hindernisse und Hürden und das war nicht einfach. Aber wenn man seinen Weg, für den man innerlich auch brennt und eine Leidenschaft entwickelt hat, dann auch verfolgt, trotz manchen Rückschläge, dann kommt der Erfolg. Ja, das merkt man ja bei dir dann auch im politischen, dieses Engagement, sage ich jetzt mal, dass du sagst, hey, ich möchte wirklich was verändern, das merkt man bei dir extrem, finde ich. Egal, bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich mir schon die Interviews angeschaut und so. Danke, danke. Ich würde es auch nicht machen, also am schlimmsten finde ich Politiker, die einfach keine Visionen mehr haben oder auch nichts mehr machen wollen und die schon seit Ewigkeiten in ihrem Parlament sitzen oder im Landtag und dort ihre Zeit absitzen. Dafür wäre mir dann auch meine Zeit zu schade. Also wenn ich nicht innerlich brennen würde und ein Feuer habe und eine Leidenschaft und sage, ich möchte Österreich verändern zum Positiven, wenn ich das nicht mehr spüre, dann höre ich aber auch wirklich auf und sitze dort nicht in einem Platz voll und bin ein Sesselkleber. Um das Geld, glaube ich, geht es ja gar nicht mehr, gell? Das ist zu wenig für den Stress, würde ich jetzt mal behaupten. Man hat schon viel Stress, ja, das schon. Aber ich sage auch als Politiker, man wird auch nicht so schlecht entlohnt, also man wird auch gut entlohnt. Ja, aber den Stress und auch die Sicherheit und in den Medien und dort und da. Ja, aber das muss man halt in Kauf nehmen. Man hat den Stress, es gibt oft Sicherheitsprobleme, es gibt oft Drohungen, es gibt böse E-Mails, aber auf das muss man sich halt einlassen, sonst soll man es nicht machen. Man kriegt als Politiker aber auch ein gutes Geld, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das unterbezahlt ist. Im Gegenteil, es gab jetzt wieder so auch Gehaltserhöhungen in der Politik, wo ich auch gesagt habe, eigentlich, wenn es der Bevölkerung nicht gut geht, dann sollten sich auch die Politiker nicht mehr Geld einstecken und eine Null-Lohn-Runde machen. Bürgermeister Ludwig kriegt allein, glaube ich, jetzt im letzten Jahr 17.000 Euro brutto mehr im Jahr und ich kriege netto um die 300 Euro mehr und ich habe gesagt, ich möchte das nicht, aber ich kann mich jetzt nicht wehren, also ich kann das jetzt nicht zurücküberweisen, aber ich habe gesagt, ich kann Gutes damit tun und spende diese Gehaltserhöhung, das mache ich jetzt schon seit drei Gehaltserhöhungen, also seit drei Jahren und spende das Geld an Familien und Menschen und Personen, die es nicht so leicht haben. Da gibt es zahlreiche, die sich melden, ich kann leider nicht jedem helfen, aber da geht es eben so weit, dass man sagt, jetzt habe ich eine Nachzahlung der Wien Energie und ich kann das nicht mehr heben und nicht mehr zahlen und dann spende ich das Geld, dass ich jetzt mehr bekomme. Also das finde ich gut, so wohltätige Zwecke sozusagen, auch immer wieder was zu machen in dem Bereich. Ich möchte nächstes Jahr in der Gruft wieder kochen, habe ich letztes Jahr gemacht. Ja. Wärst du dabei, wenn ich dich einlade? Gerne, können wir deine gemeinsam machen. Aber ich würde vielleicht von anderen Parteien auch wieder einladen. Wäre das okay? Ja, von mir aus, ich habe da keine Bewerbungsängste. Okay, ich schreibe dir dann nochmal. Gerne, wirklich gerne. Vielleicht lasse ich dir was koordinieren. Okay, cool. Danke Dominik. Wie kann man dich noch finden, Social Media, Instagram? Auf Instagram, ich bin auf TikTok, auf X oder Twitter, wie es früher geheißen hat, Facebook, also ich bin überall präsent. Und wenn nicht, man kann mich immer gerne anreden, wenn man mich auf der Straße sieht. So wie ich. Ich rede immer gerne mit allen und keine Scheu. Super. Na, vielen Dank Dominik. Für alle die Links von Dominik findet ihr unten in der Videobeschreibung, in den Shownotes. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Sage auch Dominik nochmal Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Dankeschön. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.